Hallo Jakob, was machst du denn da? Ah, du fütterst deine Hühner. Sag, wieso magst du deine Hühner denn so gerne? Weil es lustige Hühner gibt, weil es bis sie fliegen können, weil es Eier legen. Und was macht ihr mit den Eiern? Eierspeis, Ballatschinken und manche heben wir fürs Mittagessen auf. Das ist gescheit. Schmecken deine Eier besser als gekaufte? Ganz viel besser. Sag, hast du auch einen Lieblingshuhn? Eins von den Grünleger. Die Grünleger? Was ist denn das? Die legen grüne Eier. Spannend. Verstehe. Na dann, viel Spaß noch mit deinen tollen Hühnern.